Herzlich Willkommen zurück zu Rayman 3 mit mir, dem Harry. Ich werde sofort gleich mal weiterspielen. So, Moment, Moment. So, das ist ein Fall wieder. Okay, okay, das wird lustig gleich bestimmt. Ja, ich habe Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Wie lange ist es denn her? Boah, zwei, drei Tage? Schon eine Ewigkeit. Ich weiß schon gar nicht mal genau, was das Spiel eigentlich ist. So, machen wir alles mal hier auf. Aber die sind voll. Ja. Wenn wir hier überall Leben haben, oder diese Hut Looms, ne Hut Looms sind ja die Bösen, das sind ja nur die Looms. Dann wird wahrscheinlich gleich ein Endgegner kommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das viel bestimmt dieses Endgegner-Chill sein wird. Ja. Ja, Blowbox, gibt es Pflaumensaft? Willst du nicht mehr kosten? Ja, trink mal süß. Ja. Gut, wir müssen ins Wasser. Und dann würde ich mal sagen, auf geht's. Kann ich auch tauchen? Hallo? Tauchen? Nee, tauchen geht nicht. Doch, geht. Ist ja süß. Okay. Ich kann so eine komische Rolle machen. Hui. Nochmal. Hui. Und Fische haben wir auch. Schön hier. sexy. Gibt es hier noch was? Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Die Diamant nimmt doch wirklich überall. Äh. Scheiße. Das ist ein bisschen unfair, oder? Was die alles bauen? Ich glaub's ja. Alter. Verpiss dich mal. Okay, so kann ich ausweichen. Das ist schon mal gut. Das ist natürlich die Frage, wie ich das Ding besiegen soll. Äh, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Äh. Ist das so richtig? Na bitte, okay. Ist das, glaub ich, nicht ganz so schwer. Muhaka. Das hier sieht aber lustig aus. Äh. Hättest du mir nicht noch sagen können, wie soll ich da ausweichen? Achso, oder? Na klar. Achso. Höhö. Hm. Ach, der Kopf dreht sich. Ich dachte, man hat irgendjemand von hinten. Er hat von hinten gesagt. Okay. Nimm dies. Aua. Nicht cool. Nimm das. Scheiße. Wir sind doch schon relativ weit, hab ich das Gefühl. Also an den Gegner kann ich mich zum Beispiel auch nicht mehr so gut erinnern. Aua. Aber es ist sowieso schlecht, mit meinem Gehirn zu erinnern. Jeden Tag saufen und vergisst man schon mal einiges. Und es ist total schlimm. Aber was will man machen, war? Ja. Na komm. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hast du es mal? Hm. Der ballert und ballert und trifft mich nicht. Der arme Kerl. Geh weg. Noch einmal. Ne, das war's. Super. War's denn weswegen jetzt das ganze Ding jetzt kaputt? Na, ich soll mich nicht beklagen. Ist ja okay. So, war's das? Kann ich das Ding jetzt benutzen? Wie den Stampfer am Anfang? Komm schon. Ey, das wär jetzt echt geil. Komm schon. Scheiße. Das wär doch geil, oder? Mit so einem Ding das Rest des Spiels durchspielen. Das wär jetzt richtig Hammer. Gut, sind wir nicht von hier gekommen? Ne, da ist zu. Beauty, da geh ich hier lang. Blub, blub. Ach ja. Man kann erstaunlich lange die Lufthein halten, fällt mir gerade auf. Und ab zum Jump'n'Run wieder. Oh. Raymond, du bist der Allergrößte und mein bester Freund. Oh. Und mein bester Freund. Du hast ja ein Schiff, manche. 94 Prozent. Mann, das geht gut los. Wo sind wir jetzt überhaupt? Sind wir jetzt beim Heiler? Boah, cool. Hier ist ja eine Dose. Ich bleib mal gleich hier stehen. Damit sich die nicht auflöst. Boah, bewegt euch mal nicht so schnell. Hihi. 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 Mann. Uiuiuiui. Uiuiui. Cool. Dimm. So. Oh. Oh. Ab zum Heiler. Nein. Da geh ich nicht hin, der Doktor macht mir Angst. Okay. Mal sehen, wie der Doktor drauf ist. Oh, ja. Oh. Echt jetzt? War wohl spät gestern Abend, war's? Oh, das kannst du laut sagen, Kumpel. Nein, Unsinn, mein Kollege hat mir alles erzählt. Oh, du hast wohl einen schwarzen Looms verschluckt. Echt schlimm, Mann. Alter. Schwarze Looms vermehren sich wie die Karnickel. Wenn nicht noch schneller. Na okay, ich werde versuchen, ihn rauszuholen. Das wird bestimmt nix. Aber ich garantiere für nichts. Was willst du davon? Oh, Mann. Was war das denn? Was war das denn? Boah, ihr müsst mich gerade sehen, ich gehe gerade voll ab. Ist er jetzt draußen? Oh, Mann. Nichts zu machen. Der schwarze Looms hat sich in deinem Hirn verschanzt. Das Problem ist, dass ich ihn nicht finde. Aber ich kenne einen Kerl, der dir helfen könnte. Ein Spezialist für Hohlräume. Er haust in der Wüste der Knaren. Ich lasse euch jetzt allein. Muss meine Pflanzen gießen. Die Knaren sind so unheimlich. An die kann ich mich noch sehr gut erinnern. Als kleines Kind war das ein Trauma für mich. Ich konnte da nie weiterspielen. Boah, geil. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt bin ich ja geübt. Ich habe hier das mit einem Durchgang. Ich lerne ja schnell, müsst ihr wissen. Mandarinen habe ich innerhalb von einer Woche gelernt. Siehst du doch Mandarinen, oder? Das geht wirklich gut. Also nicht, dass ich mich wundere, aber... Nicht so oft abkacken möchte. Das ist ja toll. Boah. Oh, das ist ja echt eklig. Aber kein Problem für uns. Das geht doch nicht. Be-ba-la. Jetzt wird es wieder so eklig. Aber es läuft doch ganz gut. Also jetzt wirklich, ja? Gehen wir geradeaus? Ja, die gehen geradeaus. Warum sollen wir es uns schwer machen? Ich weiß nicht, wie es geht so. Wenn ich das hier spiele, denke ich mal ans Kino. Vielleicht immer mit der Po-Musik, die man beim Kino kommt. Läuft da auch so ne Musik? Ich weiß gar nicht. Sehr komisch. So, gucken wir mal. Leider nicht alle Diamanten bekommen. Nja. Läuft der Dä. 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 Bin ich jetzt einmal oder zweimal abgetaucht? Also jetzt auf jeden Fall zweimal, aber dreimal? Aber die Bahn scheint ganz schön leer zu sein. Die sind die einzigen, die irgendwo rumdüsen. Ich meine, man ist ja sowas wie ein Teleporter, oder? Okay, Glückssträhne ist vorbei. Ist die Musik ruhiger geworden, oder was? Ich glaube, es ist doch schon weiter. Jo. Oh, also ich muss die ganze Zeit ändern, wird es schon. Oh, wie ich das hasse. Aber ich seh da hinten schon den grünen Diamanten. So, land mal drauf, land mal drauf hier. Verdammt. Wey. 72%. Neuer Bonus-Telad weiter geschaltet. Aua, Autsch, das brennt schnell in den Schatten. Schnell in den Schatten. Oh, das sieht ja schon mal nicht schön aus. Aua. Okay, man darf wirklich nicht auf den Sand. Das ist wie im Urlaub. Ich weiß noch, letztes Jahr. Das war so heiß. Wahnsinn, wie heiß immer der Sand wird. Ich bin da schon fast zu Glas. Oh, ich hab' ich jetzt keinen Bock da oben zu gehen. Aua. Was ist das denn? Scheiß Opfer. Wo fliegen die Viecher überhaupt wieder hin? Verdammt, haben nicht mal die Diamanten gekriegt. Selbst hier sind die Hutlinks. Ich mag dieses Level überhaupt nicht. Schon die Musik allein sagt schon alles aus. Mann, oh. Ich bin da raus. Halt die Klappe. Doch, da ist doch eine. Du wachst, komm mal her. Hier. Was passiert jetzt? Du fliegst bestimmt weg. Jo. Und wir müssen hier lang. Sieht aus wie Wackelpudding. Boah, jetzt für ein Waldmeister-Geschmack. Das wär' jetzt echt geil. So ein Hunger. Wollte noch gar nichts gegessen. Du hast so viel Kaffee getrunken. So. Das sieht da hier alles noch. Müssen wir bloß mal gucken, dass wir uns nicht von den Knarren erwischen lassen. Die sind so komisch. Das Kind konnte ich dann nie weiterspielen. Wo muss ich überhaupt lang? Achter hinten ist noch eine Dose. Okay. Dass ich sowas nicht gesehen habe, ist ja schlecht. Weiter. Muss ich überhaupt lang? Nein. Nein. typ.